Moin, komm geh mit drin, ich zeig dir mal unser Gewerk, was wir so treiben. Wir machen jetzt hier Gipschputz mit einer fertigen Oberfläche, die nachher direkt anstrichfertig ist. Das wird aufgespritzt, maschinell alles vollautomatisch, mit der langen Latte abgezogen, damit er nachher gerade ist und nachher strukturiert. Das ist eigentlich alles. Das ist also kein Hexenwerk für den, der es kann. So ist das umgekehrt bei dir. Du kannst Handball. Erzähl mal ein bisschen was von der letzten Saison. Warst du zufrieden? Die letzte Saison ist ganz gut gelaufen. Ich konnte die ersten Eindrücke in der 3. Liga sammeln und nach bisschen Spielzeit mitholen. Jetzt versuche ich, die Saison daran anzuknüpfen und darauf aufzubauen und die Abwehr vor allem zu verstärken. Das freut mich doch, Mensch. Mach genau so weiter und dann werde ich deine persönlichen Ziele und insbesondere für den Verein auch erreichen.